Der kann ja immer auf mein Konto sehen. Warum? Ja, weil das ist seine Arbeit. Und da eigentlich total nervt. Und dann sieht er bestimmt, was ich alles für ausgehe, wenn ich shoppen gehe oder hier voll Raclette und so. Der guckt da nicht drauf, der darf das nicht. Der guckt da nicht drauf, der darf das nicht. Der guckt da nicht drauf, der darf das nicht. Der hat sich richtig gegönnt, dieses Jahr. Ja, wohl verstehen. Hast du heute geschissen? Carina, hast du heute geschissen? Nein. Okay. Dann geh mal auf Klo. Also, frohes neues Jahr, ihr Schneckis. Frohes Neues. Thank you very much. Carina, was sagst du zu meiner Community? Sind die alle krank oder krank? Krank. Wie viele Leute sind sie jetzt? Vorhin waren es 700, jetzt sind es 61. Ich habe also eine Menge verloren. Carina heißt die. Nein, sie heißt Valentina. Du darfst nicht, du bist Single. Nein, großer Pimmel, 25. Sie will dich nicht, tut mir leid. Wer ist Single? Ich? Ja. Nein. Alle gesund. Valentina. Lol. Ich bin Valentina. Kennst du diese Valentina von, wie heißt diese Sendung nochmal? Du kennst dieses Video, sie sagt so, ich halt, du sprichst mit, stopp. Halt, stopp. Du sprichst mit Valentina Dorotina. Oder irgendwie sowas. Was ist das? Valentina XOXO. Buttern? Was für Buttern? Was ist eigentlich mit denen nicht richtig? Bitte sag es mir. Sag es mir. Wo ist denn neu ist meine Kätzchen? Wo ist meine Türen? Das kann ich nicht verspielen. Die Stimme wird gleich gesperrt, weil ich Alkohol trinke. Das ist eine Lig. Wir haben das versucht, eine halbe Stunde herauszufinden, wie dieses Lied noch mal ging und dann sind wir nicht mehr... Und ein White Lily Berry! Ich hab Hunger, also gehen ich einfach zum Buffet! Boah, bitte sing nie wieder! Mama, ich schwör nie wieder! Nie wieder! Bis eine 9,8 von 10... Was für ein 9,8? 9,8! Gar nicht! Erstmal einen Schlumpf! Ich kann sagen, Carina, dass du die mitgebracht hast... Carina Valentina! Willst du einen Schlumpf haben? Ist noch gechillter ohne Clubhauptsache, nicht alle? Ja, wir sind auch zu Hause. Da sind wir kurz Maschel gegangen, Hannover. Da war Weltuntergang. Alles bei Sekunden Krankenwagen. Also so viele Unfalle, glaube ich, dieses Jahr habe ich noch nie. Richtig krank, richtig heftig. Die sind so hohe. Schmeißen die Böller in die Menschenmengen. Ich habe schon mal einen Böller abbekommen, aber ich habe Todesangst. Deswegen sind wir da voll so in die Ecke gegangen. Erstaunlich, dass du noch um die Zeit den Strohhalm triffst. Trink mal mehr. Schmutzbrust. Was bist du für ein Perversling? Jetzt eine 9,7 von 10. Es geht bergab. Sag mal, Hagels? Sag mal. Glaub ich nicht. Wieso waren hier 700 Leute drin und sind alle rausgegangen? Ich bin nicht so langweilig, Carina. Valentina. Ich bin Valentina Dorotina. Jetzt red ich. Halt, stopp. Sind das nicht alle, die dir folgen? Nö. Das sind fremde Menschen. Zeigt mal eure Schuhe an. Nö. Ich habe keine Schuhe an. Hier, willst du sehen? Okay. Ich nicht. Ich war nicht mal auf dem Klo. Ich habe einfach geschrieben, froh ist meine Liebe. Neues. Weißt du, was ich vorhin aus Versehen geschrieben habe? Neues. Weißt du, was ich vorhin aus Versehen geschrieben habe? Neues. Was habe ich geschrieben? Statt frohes habe ich geschrieben, frohes, neues oder irgendwie sowas. Ciao. Ciao. Amadeus. Was geht ab? Wo ist Neues? Hätte schon jemand was geschrieben? Mein Engel. Auf Werden. Was? Ja, ich kriege ab und zu Geschenke, aber das ist nur Cent wert. Mir hat noch keiner Universum geschickt. Das ist keine Ahnung wie viel wert. Schade. Eigentlich 2024 habe ich mir verdient eigentlich. Finde ich. Großer Pimmel. Wenn du schon Geschenke schickst, schick mir Universum, bitte. Ich bin ja eh die Famegeile, wie du gesagt hast. Dann kannst du auch mal reinscheißen, ne? Findest du nett? Habe ich mir verdient. Komm. Komm, einer geht. Oh, Chef ist auch da. Basti. Ich habe dich gerade gar nicht erkannt. Du hast einfach ein anderes Foto drin. Krass. Muss ich erst mal kurz gucken. Sieht aber gut aus, du. Sieht gut aus deinem Bild, du. Sieht gut aus. Lieber Onlyfans, lol. Ich habe doch keine Onlyfans. Was ist denn mit dir los? Wo ist Neues? Ja, Basti, ne? Fantasti, du. Nicht schlecht, ne? Hast du rausgehauen mit deinem Profilbild. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, Sula Main. Dankeschön. Suley Main. Ich weiß nicht, wann das ausspricht. Sorry. Oh, der Vater von Oliveira ist deutlich gestorben. Echt jetzt? Ja, weil sie sowas geschrieben hat. Du hast es gerade laut ausgesprochen. Ach so, ja. Ich wusste nicht, dass du das hast. Okay. Leute, ich habe mal eine Frage, Octavia. Ja, frag mal. Ich glaube, ja. Ein gesundes neues Jahr. Dankeschön, Jörg. Das wünsche ich dir auch. Hallo. Ich habe irgendwie Corona bekommen. Carina Valentina. Hallo. Schlimmer Name. Ich muss mal kurz, ich komme nicht mehr hinterher. Schönen guten Morgen. Was für guten Morgen? Du bist so single. Like a Pringle. Grüße. Grüße, neues Jahr 2024. Ich wünsche euch von ganzem Herzen. Viel Gesundheit wünsche euch. Vielen lieben Dank. Danke. Das wünschen wir dir auch. Von wem ist das Fake-Profil, Juja oder dir? Ich habe kein Fake-Profil. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ich habe auf jeden Fall kein Fake-Profil. Also, falls du da irgendein Fake-Profil deine Seiten anguckt, ich bin es nicht. Ich gucke, ich stalke schon mit meinem originalen Profil. Achso, Juja-Profil. Achso. Hä, die ist doch kein Fake. Die ist doch hier drin, Basti. Also, ich kann es auf jeden Fall nicht sein. Die hat dir doch sogar geantwortet. Was mache ich mit meiner Locke spielen? Habe ich mich auch schon gefragt. Willst du mich verarschen? Ich kann nichts mehr. Die sagen zu ihr, zu der Ahnung hier, dass sie Fake ist. Dann weiß ich von wem, lol. Lul? 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 Basti, ich muss mir nochmal dein Profilbild hier anglotzen. Sympathisches Lächeln. Carina. Ich bin immer nur ehrlich, ne? Ich heiße Valentina. Carina Valentina. Heißt du? Dorotina. Emily, sag mir nicht, dass du das Video nicht kennst. Ich heiße Valentina. Dorotina. Die hat doch da irgendwie... Das ist so schlimm, ne? Dieses Mädel ist so beglottet. Ich würde die am liebsten prügeln. Die macht einen aggressiv. Wie jung alt seid ihr? Ruhe! Ruhe! Ich weiß, wer du bist. Wer bist du? Wer bist du? Wer ist die denn, Basti? Erzähl mal, hau raus. Wer ist das? Wer ist das? Nein, er redet über dieses... Wer ich bin. Über die Julia Bones. Tja. Kann's nicht sein, ne? Wie du siehst, sieht man nix. Ich bin hier live. Ich kann schlecht Julia sein. Fängt bestimmt mit D an. Ach, Quatsch. Als ob sie das machen würde, oder? Quatsch. Und hast du immer noch was mit Amadeus? Ich habe nix mit Amadeus. Was? Papa ist ganzer Stolz. Carina, Valentina, was wollen die von mir? Sag mal, sorry, ich habe einen Freund in die Kamera. Sorry. I have a boyfriend. Valentina, sag du auch, dass du Boyfriend hast? So, bitte lass mich. Was geht denn hier ab? Sind deine Füße lackiert? Guck mal, was ich für Fragen kriege. I know it, haha. Ach, ich kenne Basti. Basti, fantastisch, bester Mann.